Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen an diesem Montag, dem 31.12.2018. Ihr hört die Geek Talk Tele 533 und sollte ich heute ein bisschen anders als gewohnt klingen, dann kann das daran liegen, dass ich mein Büro aktuell umbaue und meine insgesamt 4 XLR-Kabel irgendwo verlegt habe, somit jetzt auf dem Zoom aufnehme und halt ein bisschen anders klinge. Aber ja, gehen wir zu den Themen und die sind heute nicht ganz so umfangreich, passt aber auch so. Black Mirror, wir haben 35C3, Fortnite und Kodi 18. Zu allererst Black Mirror. Ihr kennt sie vielleicht, die Serie auf Netflix, die schon immer wieder Wogen geschlagen hat bei jeder Staffel, die bis jetzt rausgefallen sind. Es sind schon mehr als zwei, ich weiss gar nicht mehr auswendig. Auf jeden Fall ist jetzt da auch ein Film aufgetaucht und wir hatten es in der letzten Geek Talk Folge davon, 63.18, also ein News-Podcast, dass es eben interaktive Filme gibt auf diesem Netflix. Die waren dann eher an Kinder gerichtet. Black Mirror ist dann schon eher nicht an die Kinder gerichtet, würde ich behaupten. Muss ich mir unbedingt heute Nacht noch anschauen. Es ist ja noch früh, das geht gut noch. Ich bin extrem gespannt. Falls ihr es gesehen habt, lasst mich wissen, wie ihr es gefunden habt. Ich bin schon sehr, sehr gespannt darauf. Ja, ach, genau. Wer es sich auf aktuellen Geräten anschauen möchten, der liebe Kollege Raidan auf Twitter hat sich das Ganze mal rausgesucht, hat sich durch die FAQs gewühlt und herausgefunden, dass nicht alle Geräte dieser Welt das Ganze abspielen können. Welche das sind, ein Tweet von ihm haben wir verlinkt bei uns in den Shownotes auf daily.geektalk.ch. Am 35 C3, dem Hacker-Kongress, der aktuell in Leipzig stattfindet, oder schon gefunden hat, ist er schon durch? Nee, ich glaube, geht noch ein Tag. Ja, wie auch immer. Auf jeden Fall, da gab es eine aktuelle Studie, die sie verlesen haben, wo es darum ging, dass Android-Apps, und zwar die beliebtesten Android-Apps, und zwar nicht wenige, sondern 34 der am meisten runtergeladenen Android-Apps, haben sie untersucht. Heise hat darüber berichtet, unter anderem. Und diese Apps, die haben alle irgendwie irgendwohin gefunkt, sei es in Richtung Facebook, sei es in irgendwelchen anderen Statistiktools und so weiter. Und das ziemlich Unschöne daran ist, dass 61% dieser 34 Apps schon beim Start der App Daten übermittelt haben, bevor ihr überhaupt irgendwie dazugekommen seid, euch ein Profil anzulegen, die Möglichkeit hattet, die Datenschutzbestimmung zu lesen und oder natürlich auch abzulehnen. Noch viel unschöner ist, dass auch einige von denen eure Daten dann übertragen haben, nachdem ihr eigentlich gesagt habt, dass das nicht mehr passieren soll. Google-Werbe-ID wird übergegen, Spracheinstellung, Alter, ob ihr, was auch immer, Geschlecht und Alkohol konsumiert, Kinderkleider kauft, alle solche Dinge wurden übertragen, und somit können da natürlich ziemlich unschöne Profile erstellt werden. Sehr, sehr unschön. Es wäre noch interessant zu wissen, wie das auf der iOS-Seite ausschaut. Ja, liebe Entwickler, wenn ihr solche Tools einsetzt, mit der ihr euren Nutzer analysiert, schaut, dass ihr da nicht eure Standardeinstellung nehmt, sondern da halt euch ein bisschen mit auseinandersetzt, weil das kann man runterregulieren, dass es auch passt. Fortnite, ein Spiel, um das man im letzten, oder besser gesagt in diesem Jahr, nicht rundherum gekommen ist. Überall in den Medien, sogar in der Tagesschau, überall kam immer wieder mal was über Fortnite, und den Klassiker kann man ja überall spielen. Gut, auf dem E-Book-Reader jetzt vielleicht nicht gleich, aber auf diversen Smartphones, auf Konsolen, auf Computer etc. Auf den grossen Konsolen ist das möglich, also auf dem PC und den grossen Konsolen, PlayStation, den aktuellen Modellen, und natürlich auch bei den Xboxen, kann man das mit 60 Frames per Sekunde, also 60 Bildern per Sekunden spielen, also schön flüssiges Bild und so weiter. Auf Smartphones und zum Beispiel auch der Nintendo Switch sind es nur deren 30. Das ändert sich jetzt mit dem neuesten Update, was ihr euch installieren könnt, könnt ihr bis zu 60 Bilder auch auf den iPhones. Jetzt aber, Klammer auf, auch wie vor mit der Netflix-Geschichte, es sind natürlich nicht alle Modelle, die das verkraften können. Es können das, das XS, XS Max und das XR, also das neueste Line-Up, die 2018er Modelle können auf die volle Geschwindigkeit zugreifen und eben somit dann auch euch die 60 Bilder pro Sekunde ausliefern. Somit hat bei Fortnite, ja, Apple, oder Apple-Smartphone-Nutzer die Nase vorn. Bei Android wird aktuell noch geprüft, welche das können. Ist eigentlich schon ziemlich heftig, wenn man bedenkt, dass das iPhone ja, gut, es ist High-End, aber es ist, ja, ein Consumer-Produkt und da gibt es ja diverse Android-Spiele-Handys, von denen man sagt, zumindest das Marketing-Team der jeweiligen Firma, dass die speziell aufs Game-Man ausgerichtet sind und das noch nicht können. Ich hoffe, da wird bald nachgereicht, würde ich mal sagen. Ja, und was habe ich zum Schluss noch? Ich habe es zu Beginn diesem Monat verkündet, dass Kodi 18 noch dieses Jahr kommen wird. Sie wollten eigentlich fertig sein. Kodi ist die X, wie hieß das früher, XBMC-Oberfläche oder das System, besser gesagt, ein Multimedia-System, was ihr euch auf euren Server installieren konntet, um eben eure eigenen Medien zu schön verpacken und dann auch wiederzugeben. Und das hat sich jetzt leider verschoben. Man kann jetzt eine finale Beta-Version oder einen Pre-Release quasi runterladen und sich installieren. Man kann sich das auch anschauen. Aber die richtig, die volle Version kommt dann erst im nächsten Jahr. Schade, schade. Ich habe mich sehr darauf gefreut. Dürfe mich jetzt halt auf nächstes Jahr freuen. So lange geht es ja nicht mehr. Denn ja, dies ist ja der, wie ich gestern im Tweet angekündigt habe, der letzte Geek-Talk in diesem Jahr. Und ja, ab morgen oder vielleicht übermorgen werde ich euch dann im 2019 begleiten. Ich kann noch nicht versprechen, dass ich heute Nacht, also im Silvester, dann noch aufnehme. Ich bin unterwegs bei meiner Schwester mit Kindern und Familie. Da wird das eventuell nicht möglich sein. Aber auf jeden Fall ab dem 2. werde die Daily wieder zu hören bekommen. Vielleicht noch ein paar Fakten, wenn wir da schon hier am 10. am letzten Tag vom Jahr sind, können wir noch über ein paar Zahlen sprechen. Der Geek-Talk-Daily-Podcast geht im Durchschnitt 7 Minuten und 8 Sekunden pro Folge. Wenn ihr alle Geek-Talk-Daily-Folgen gehört habt, also wenn ihr vom Anfang an dabei seid und oder vielleicht auch ein bisschen was zurückgehört habt, habt ihr 2,6 Tage damit verbracht, diese Folgen anzuhören. Eigentlich noch heftig. Und die Durchschnittsgrösse ist 4,2 Megabyte gross. Alles zusammen, eben auch die grösseren und kleineren, sind dann 5,4 Gigabyte, die euch das an Speicher wegnehmen, sofern ihr natürlich die alten Folgen auch behalten habt. Ansonsten mobil runtergeladen, auch nicht schlecht. 5,4 Gigabyte. Gut, das mache ich in ein paar Tagen, aber es gibt ja Orte auf dieser Welt, wo das nicht ganz so einfach ist. Lieben Gruß in den Norden. Und was auch ganz schön ist, seit Jahresbeginn wächst das Geek-Talk-Daily-Podcast stetig und zwar schön geht die Kurve fleissig nach oben. Das freut uns natürlich, mich und den Achim. Wir beide wünschen euch einen wunderschönen und guten Start ins neue Jahr. Ja, macht's gut, nicht zu wild und eben bis nächstes Jahr wieder. Euer Poughkeepsie. Bis bald. Tschüss. Hört mehr Geek-Talk. Hört mehr Geek-Talk Hört mehr Geek-Talk Hört mehr Geek-Talk